Musik Guten Morgen, alle zusammen! Du, Herr Müller, weißt du was? Ich hab so Bauchweh! Musst du vielleicht aufs Club? Nee, ich war schon, aber darf ich mich aufs Sofa legen? Ja, leg dich hin! Oh, sorry, Herr Müller, ich hab Musterfasen! Ja, jetzt bist du ja da! Weißt du was? Ich hab ne neue Cap! Ja, die sehen schön aus, aber setz dich jetzt bitte hin! Musik Herr Müller, Tyler atmet richtig laut. Das nervt. Dann hör doch einfach nicht hin. Er guckt mich aber auch die ganze Zeit immer an. Oh, ich möchte jetzt endlich Unterricht machen. Setzt euch bitte hin! Musik 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 Bis zum nächsten Mal.